Ein herzliches Willkommen. Wir sind bei Freitag, 2. Dezember 2022. Wir nähern uns dem Jahresende und Endspurt sozusagen. Da gibt es noch einiges. Wir haben Merkur und Neptun und das ist gefährlich, weil es natürlich mit Neptun um Realitätsverlust geht oder die Leugnung von Realität. Auch das kann sein, dass man so ein Häubchen drüber stülpt. Was man nicht sieht, das gibt es nicht. Da sollte man natürlich auch aufpassen. Venus im Schützen und Saturn im Wassermann geben eine klare Linie vor. Das ist aber nicht die Wappnung gegen Lüge, Betrug oder auch Selbstbetrug. Denn das kann heute vorkommen. Da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, gerade zum Wochenende hin. Wir haben ein Quadrat zwischen Merkur und Neptun. Wie gesagt, das bedeutet eben, es kann richtig hintenrum irgendwas gemacht werden. Man sollte aufmerksam bleiben. Man sollte aber auch nicht jetzt irgendwas da hinein interpretieren. Man sollte sich an die Fakten halten. Der Mond ist heute in den Fischen. Wenn ihr das seht, ist der schon in den Widder gewandert. Um Viertel vor sechs heute Morgen ist der Mond in den Widder gewandert. Und damit für Feuerzeichen, auch für Erdzeichen ganz gut, für Luftzeichen, für Wasserzeichen nicht so. Aber es ist auch nicht dramatisch. Aber Widder fördert natürlich auch Sturheit und Durchsetzungswillen. Das kann natürlich in so einer Situation, wo es um Lüge vielleicht geht, da kann es natürlich sein, dass jemand sich um jeden Preis durchsetzen möchte. Und da sollte man zumindest ein Auge drauf haben. Ja, schauen wir uns an, was wir in den Karten haben am 2. Dezember. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Freitag, 2. Dezember 2022, Sonne Venus, Merkur im Schützen. Für dich optimal. Der Mond ist seit Viertel vor sechs heute Morgen in deinem Zeichen. Widderenergie ist natürlich stark und möchte auch ein bisschen bestimmen, wenn man mal ehrlich ist. Und deswegen solltest du das ein bisschen runterfahren. Merkur und Neptun stehen im Quadrat zueinander. Das bedeutet, die Kommunikation ist offen, ehrlich und so weiter. Neptun kann aber so ein bisschen die Wahrheit verschleiern. Es kann auch um Lüge gehen. Es kann auch um Beschönigen gehen. Es muss nicht immer direkt Lüge sein. Wir haben natürlich Venus und Saturn. Venus im Schützen, Saturn im Wassermann, in einer guten Verbindung. Also da möchte man eben auch nicht belogen werden oder Unwahrheiten erfahren oder merken, dass man belogen wird. Oder selber sollte man darauf achten. Also ein bisschen Vorsicht ist auf jeden Fall geboten und natürlich nicht zu eigenwillig vorgehen. Auch wenn der Mond in deinem Zeichen steht, wir haben immer noch Mars rückläufig in den Zwillingen. Was haben wir heute? Für den Widder allgemein am zweiten. Fünfter schwer. Wir haben Streitenergie, aber zumindest ist es eine Energie, ja seine Standpunkte zu vertreten in Form von ich kämpfe dafür. Aber es kann ja auch konstruktive Kritik sein. Das ist mit Erfolg verbunden. Das ist schön. Und Veränderung. Also ich sage mal, auch negative Aspekte können ein erfolgreiches Ergebnis erzielen, aber nur, wenn man damit behutsam umgeht, ja. Und da steckt dann eben auch der Erfolg drin, wenn man eben, wie gesagt, sachlich bleibt. Und deswegen haben wir wahrscheinlich auch hier den Gehengten, dass man sich die Situation aus allen Blickwinkeln betrachtet und vielleicht auch, ich sage mal, die Beweggründe des Gegenübers so ein bisschen ergründet, ja. Da gehört Sensitivität dazu. Die haben wir durch Jupiter in den Fischen und auch durch Neptun in den Fischen. Aber Neptun kann eben auch so ein bisschen den Blick verstellen. Also man blickt vielleicht nicht direkt durch. Also lass dir Zeit und bilde dir vielleicht kein vorschnelles Urteil. Ich glaube, dann wird das auch eine erfolgreiche Veränderung am heutigen Freitag. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Stier. Wir sind bei Freitag, 2. Dezember 2022. Zweites Türchen im Adventskalender. Wir schauen uns an, was wir heute für den Stier allgemein haben. Sonne, Venus, Merkurve gehabt im Schützen. Wir haben den Mond seit Viertel vor sechs ungefähr im Widder. Ist ein bisschen halsstarrige Energie, wenn man nicht aufpasst. Wir haben auch weiterhin mit Merkur und Neptun in der Kommunikation. Es wird vielleicht nicht alles so offengelegt. Vielleicht wird auch was beschönigt oder so. Da muss man ein bisschen Acht geben. Kann man selbst natürlich auch, dass man etwas weglässt oder etwas nicht erwähnt. Wir haben aber gute Energien zwischen Venus und Saturn, die dafür sorgen, dass man auf Wahrheit und Miteinander achtet. Das ist gut. Mars ist natürlich weiterhin rückläufig in den Zwillingen. Jupiter ist in den Fischen und das macht sensitiv, das macht gefühlvoll. Und wir schauen uns an, was wir heute für den Stier allgemein haben. Neun der Kelche Wunscherfüllung. Kann natürlich auch sein, dass man eine konkrete Vorstellung von etwas hat, wie Beziehungen laufen, sei es geschäftlich oder privat. Der Hierophant ist die Beziehung zu dir selbst. Vielleicht auch zu anderen natürlich. Nicht nur beziehungstechnisch im Privaten, sondern überall. Und da ist noch was zu tun. Da muss man vielleicht noch ein paar Dinge aus der Welt schaffen oder ein paar Dinge klären. Aber da sollte man wahrheitsgemäß handeln und miteinander auch gut kooperieren. Wir haben eine solide Basis. Das bedeutet, dass du eben als Stier heute in der Lage bist, mit anderen zusammen oder mit einer bestimmten Person zusammen eine solide Basis zu schaffen mit den vier der Stäbe. Also ich denke mal, es ist auf jeden Fall durchweg positiv. Ein bisschen Anstrengung ist dabei mit den zehn der Stäbe. Aber ich denke, das kriegst du ganz locker hin. Und lass dich davon nicht beirren. Aber wichtig ist Wahrheit, Authentizität also. Und dann natürlich auch prüfen, ob die anderen wahrheitsgemäß, ich sag mal, berichten oder rüberkommen. Das ist auch wichtig. Und dann sollte es auf jeden Fall klappen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Freitag, 2. Dezember 2022. Sonne, Venus, Merkur im Schlützen. Unterstützen dich. Saturn im Wassermann unterstützt dich. Der Mond ist im Wetter, kann ein bisschen eigenwillig machen. Man möchte vielleicht zu viel auf einmal, kennen wir ja. Mars ist natürlich rückläufig im eigenen Zeichen und sorgt dafür, dass man eben nicht so viel Energie hat. Man muss da vorsichtig mit umgehen. Wir haben dann auch mit Merkur und Neptun eine Energie, ja, dass vielleicht ein paar Dinge zu rosa-rot berichtet werden oder nicht ganz wahrheitsgemäß. Man sollte eben nicht alles glauben, was einem erzählt wird. Du bist ja besonders auch davon betroffen, denn Neptun beeinflusst dich rückläufig in den Fischen auch. Also, dass du nicht ganz den Durchblick hast. Da solltest du vielleicht auch einen Unbeteiligten mit ranziehen, der dann vielleicht auch was dazu sagen kann. Aber letzten Endes denke ich, geht es darum, offen zu sein für Gespräche mit Venus und Saturn. Also, dass man Klärungen herbeiführen kann. Also, schauen wir mal, was wir für die Zwillinge heute haben. Fünfte, Kelche. Man bedauert etwas oder man sieht nur die Dinge vielleicht, die man nicht verändern kann. Dabei kannst du die zwei Kelche aufnehmen und selber was bewegen. Aber vorsichtig natürlich. Da geht es um Entscheidungen. Da geht es vielleicht, in welche Richtung gehen wir. Das will gut überlegt sein. Vielleicht auch besprochen in, ja, Kollegenkreis oder Partnerschaft oder so. Ja, eine gewisse Unzufriedenheit ist da. Kompromisse bedeuten ja auch immer, dass man ein klein wenig nachgeben muss. Oder dass man, ich sage mal, Abstriche machen muss in irgendeiner Form. Und wichtig ist, dass du damit dich auch wohlfühlst. Ja, auf Dauer. Du musst nicht schnell eine Entscheidung treffen, aber du musst zu dieser Entscheidung natürlich auch stehen können. Das ist wichtig. Und deswegen kann man ja darüber verhandeln, sprechen, wie auch immer. Aber so richtig happy bist du heute leider nicht. Ich hoffe, dass sich das im Rahmen des Wochenendes vielleicht verbessert. Ich wünsche dir auf jeden Fall gutes Gelingen und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind bei Freitag, 2. Dezember 2022, zweites Türchen im Adventskalender. Wir haben Sonne, Venus, Merkur wie gehabt im Schützen. Wir haben den Mond seit Viertel nach sechs. Nein, Viertel vor sechs haben wir das im Widder. Also Mond im Widder. Da haben wir sehr viel Feuerenergie, sehr viel Temperament. Das kann dir begegnen. Das kann aber auch dein Temperament sein. Mit Jupiter in den Fischen bist du auch sehr sensitiv, gefühlvoll. Deine Intuition ist stark ausgeprägt natürlich. Mars entzieht uns natürlich die Kraft durch die Rückläufigkeit der Zwillinge da drin. Aber, also nicht der Zwillinge, sondern Mars ist rückläufig in den Zwillingen so rum. Und ich denke, dass du da eben auch mit deinen Kräften haushalten solltest. Aber es ist gefühlvoll, sehr nett. Wir haben auch mit Merkur und Neptun Energien, wo nicht immer so ganz die Wahrheit gesprochen wird. Da muss man aufpassen. Und selbst sollte man natürlich auch versuchen, wahrheitsgemäß rüberzukommen. Dazu haben wir aber noch die Venus und den Saturn, die sachliche Gespräche ermöglichen und auch Lösungswege aufzeigen. Schauen wir uns an, was wir für den Krebs heute haben. Erstmal beobachten. Mit dem Gehenken kannst du erstmal die Stimmung ergründen, kannst schauen, wie die Leute so unterwegs sind. Disziplin bedeutet sich an das halten, was man als richtig erachtet und vielleicht auch an die Aufgaben. Und dann kannst du dich öffnen, vielleicht auch gefühlsmäßig neue Wege zu gehen. Vielleicht ist da irgendwas, was du, sagen wir mal, gut findest und wo du sagst, das probiere ich auch mal aus. Warum nicht? Solange du deine Disziplin an den Tag legst und bei deinen Sachen auch vorankommst, wenn auch langsam. Warum nicht? Warum sollst du dich nicht kreativ zum Beispiel mal betätigen oder was Neues ausprobieren? Wichtig ist, die Aufgaben zu ergründen und natürlich diszipliniert in Form von, wie ist die Stimmung? Was machen die anderen? Was wollen die anderen? Wir haben hier mit der Welt natürlich die Möglichkeit, was zu verändern. Vielleicht verändert sich auch unbemerkt etwas in dir, wenn du was Neues ausprobierst. Das kann sehr spannend sein und vielleicht findest du etwas, an das du gar nicht gedacht hast. Und was dir Freude bringt oder wo du sagst, das will ich. Also das wäre heute möglich und das ist sehr schön. Also heute schönen Freitag wünsche ich dir und sage bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Freitag, 2. Dezember 2022. Sonne, Venus, Merkur im Schützen, Mond im Wetter seit Viertel vor sechs. Und ich denke mal, die Feuerenergie beflügelt dich, sollte dich aber nicht dazu verleiten, großspurig oder zu selbstsicher aufzutreten, denn die Kraft ist durch den Maß in den Zwillingen ausgebremst. Also ein bisschen Abstriche musst du machen. Such dir deine Diskussionsrunden oder vielleicht auch Dinge, mit denen du dich auseinandersetzen musst oder streiten musst, vielleicht sogar gut aus. Also trifft eine gute Wahl. Wir haben heute, ja, Merkur im Quadrat zu Neptun. Neptun ist rückläufig in den Fischen und Merkur im Schützen. Man kann ein bisschen vorlaut sein, aber man kann auch, ich sag jetzt mal, Dingen auf den Leim gehen. Neptun verwischt ja so ein bisschen die Realität. Aber Venus und Saturn sorgen dafür, dass man gute Gespräche führen kann. Das sollte sachlich möglich sein. Was haben wir für den Löwen? Klarheit und Wahrheit. Also eine Energie, dass man eben, ja, Erkenntnisse gewinnt. Fokussiert. Also man sollte auf klare, ordentliche Verhältnisse bedacht sein, auf die Wahrheit an sich, aber auch auf Authentizität, Intuition, ja klar, Jupiter ist in den Fischen und stärkt die Intuition, ja. Und die entdeckt man oftmals an Kleinigkeiten. Die sieben der Münzen sind ja Detailfragen. Und diese Detailfragen könnten dazu führen, dass du Erkenntnisse gewinnst. Also je mehr du dich auch auf dein Bauchgefühl fokussierst, desto mehr entdeckst du, was dir weiterhilft und was dir die richtigen Erkenntnisse gibt. Jetzt muss man nur mit dieser Neptun-Energie ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man etwas beobachtet, kann man daraus Schlüsse ziehen, aber die müssen nicht hundertprozentig stimmen. Also bevor du dich jetzt nur auf dein Beobachten verlässt, solltest du natürlich nach Fakten suchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Freitag, 2. Dezember 2022. Sonne, Venus, Merkur, wie gehabt im Schützen. Der Mond ist im Wetter seit Viertel vor sechs heute Morgen. Und das kann bedeuten, dass man ein bisschen stur, ein bisschen eigensinnig daherkommt oder dass dir das begegnet. Das ist auch möglich. Wir haben den Merkur im Quadrat zu Neptun. Da kann zum Beispiel was behauptet werden, erzählt werden, was nicht ganz der Wahrheit entspricht. Also bevor man sich ein Urteil bildet, sollte man nachforschen. Dazu verhelfen Venus im Schützen und Saturn im Wassermann, dass man eben Dinge klären kann, ansprechen kann und sachlich aus der Welt schaffen kann. Das ist wiederum gut. Aber man sollte, wie gesagt, nicht zu voreilig ein Urteil fällen. Neptun ist ja in den Fischen rückläufig und beeinflusst dich als Jungfrau auch ganz schön. Und das bedeutet, dass du da ganz besonders vorsichtig sein solltest. Keinen falschen Eindruck gewinnst oder zu voreilig urteilst. Was haben wir jetzt für die Jungfrau? Die Liebe beziehungstechnisch sollte es ganz gut laufen mit Jupiter in den Fischen. Wir haben die Zähne der Stäbe, aber manchmal ist es auch anstrengend. Und klar, man sollte daran arbeiten, wie man zum Beispiel mit den Dingen umgeht, die man gerne hat, seien es Personen, seien es Dinge, Projekte, wie auch immer. Es geht darum, dass man natürlich immer so ein bisschen daran arbeiten muss. Und da ist heute vielleicht so ein bisschen Verwirrung drin, Neptun in den Fischen. Oder vielleicht hast du das Gefühl, es klappt nicht so. Wir sind ja verlangsamt durch Mars in den Zwillingen rückläufig natürlich. Und deswegen solltest du aber nicht verzagen. Bleibe dran, konzentriere dich und mach vielleicht auch öfter Pause. Zehn der Stäbe ist, du hast es fast geschafft. Du bist bald über einen Punkt hinaus, aber irgendetwas scheint entweder nicht ganz klar zu sein, verwirrend zu sein für dich als Jungfrau. Versuche einfach, dich da anzunähern, ohne, ich sag jetzt mal, zu hastig vorzugehen. Lass dir ruhig helfen. Sieht man ja hier auch, da ist eine Person dabei, die vielleicht auch hilft, Klarheit herbeizuführen. Also viel Erfolg und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Frage. Wir sind heute bei Freitag, 2. Dezember 2022. Sonne, Venus, Merkur im Schützen, Mond im Wetter. Das ist eine schöne Energie auch für dich als Waage, aber wir dürfen nicht vergessen, Mars ist in den Zwillingen rückläufig und entzieht einiges an Kraft. Also nimm dir bitte nicht zu viel vor. Halt dich an das, was getan werden muss. Und wenn du dann noch Freiraum hast, tust du bitte das, was dir auch eine gewisse Freude bereitet. Wir haben heute eine Energie mit Merkur und Neptun, wo dann vielleicht auch nicht immer so ganz die Wahrheit erzählt wird. Da muss man ein bisschen aufpassen, vielleicht versucht jemand, einen zu übervorteilen. Aber mit Venus im Schützen und Saturn im Wassermann kann man klärende Gespräche führen. Man kann vielleicht auch solche Dinge aufklären oder vielleicht ans Tageslicht bringen, je nachdem. Aber man sollte da nicht zu forsch und nicht zu voreilig sein. Ja, schauen wir mal, was wir heute für die Waage allgemein haben. Die Herrscherin, du kommst gut voran. Wir haben den Hierophanten, in Beziehungen läuft es sehr gut. Und wir haben Veränderungen mit der Welt, etwas hinter sich lassen, etwas Neues beginnen. Ich denke mal, dass du über irgendeine Sache oder irgendeine Entwicklung gut hinwegkommst. Wir haben die Zehn der Schwerter, das sind die Erfahrungswerte, die du hast. Also aus nicht so schönen Erlebnissen. Allerdings tragen diese nicht so schönen Erlebnisse dazu bei, dass du in gewissen Situationen ein bisschen achtsamer bist, mehr aufpasst, weil du das nicht wiederholen willst. Vielleicht geht es auch darum, über etwas hinwegzukommen und da bist du natürlich auf einem sehr guten Weg. Vielleicht bist du auch dahingehend unterwegs, dass du etwas wirklich hinter dir lässt. Und dabei bist du in den letzten Zügen, die neuen Dinge in Angriff zu nehmen. Aber es geht halt alles sehr langsam und es fehlt auch sehr viel Kraft. Und das betrifft nicht nur dich, sondern eben auch alle anderen. Und deswegen verlangsamt sich alles ein wenig. Also Geduld und wie gesagt, es läuft sehr gut in Beziehungen. Wunderschön. Hab einen schönen Tag und ich sage bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Und wir sind heute bei Freitag, 2. Dezember 2022. Sonne, Venus, Merkur im Schützen, Mond im Wetter. Okay, das ist sehr viel Feuerenergie, kann auch natürlich dein Temperament entzünden, aber hoffentlich nicht im Negativen, sondern im Positiven. Wir haben ja Jupiter in den Fischen, was dich weicher macht, den Neptun in den Fischen rückläufig. Aber gerade dieser Neptun sorgt heute dafür, dass nicht immer so ganz die Wahrheit gesagt wird. Das muss keine böse Absicht sein. Es wird halt irgendwas erzählt, was man irgendwo gehört hat. Man sollte das aber sehr kritisch betrachten und nicht alles glauben, was erzählt wird. Und auch wenn einem jemand etwas schmackhaft machen möchte, vielleicht einfach nochmal nachhaken und gucken, ob da wirklich was dran ist. Dazu haben wir natürlich Mars rückläufig in den Zwillingen, was Kraft entzieht. Wir haben Merkur und Neptun im Quadrat, was eben diese etwas unwahren Dinge befürwortet. Dann haben wir Venus im Sextil zu Saturn. Das ist auch eine Energie, wo man gut über Dinge miteinander sprechen kann. Also wenn das ein Anliegen ist, wäre das heute ganz gut. Was haben wir heute für den Skorpion allgemein? Du machst dir um etwas Sorge. Dann haben wir den Mut. Etwas beunruhigt dich. Etwas ist vielleicht auch nicht so in Ordnung. Wir haben die Krebsenergie des Wagens. Bleib in deiner Spur. Lass dich nicht nervös machen und auch vielleicht von irgendwelchen Dingen, die von außen kommen oder vielleicht auch von deiner inneren Unruhe nicht davon abbringen. Der Wagen sagt, bleib in der Spur. Halte den Wagen gerade in dieser Spur. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Alle Sorgen und Nöte sollten besprochen werden, wozu heute eben auch ein guter Tag ist. Also lass dir ruhig helfen. Wir haben den Gehengte. Das bedeutet gute Beobachtung, die Dinge als Ganzes sehen. Also nicht nur aus deiner Perspektive vielleicht, sondern auch aus Perspektive der anderen. Die anderen sind genauso geschwächt durch Maß in den Zwillingen rückläufig und sind auch verwirrt manchmal oder haben vielleicht auch mit irgendwelchen Dingen zu tun. Wenn man das als großes Ganzes betrachtet, fällt es vielleicht leichter, da auch so ein bisschen zu sagen, naja, ich bin ja nicht alleine und ich habe auch Gleichgesinnte. Und das wäre heute ganz gut, wenn du da so ein bisschen über deine Sorgen und Nöte vielleicht kommunizierst oder dir Hilfe und Rat suchst oder eben Gleichgesinnte suchst. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Freitag, 2. Dezember 2022. Sonne, Venus, Merkur im Schützen, der Mond im Widder. Wunderbar, seit Viertel vor sechs ist er im Widder. Das kann dich natürlich dazu anspornen, große Dinge zu tun. Es macht dich auf jeden Fall optimistisch, stärkt dein Selbstvertrauen, aber du solltest keinen Überflieger geben, weil eben Mars ist in den Zwillingen rückläufig und die Hälfte der Energie, die du aufbringen kannst, ist nur vorhanden. Wir haben zudem heute den Merkur im Quadrat zu Neptun. Das bedeutet, dass eben nicht immer die Wahrheit gesagt wird. Man könnte jemandem auf den Leim gehen, du bist besonders betroffen, da auch eben Neptun rückläufig in den Fischen dich beeinflusst und dich auch vielleicht so ein bisschen, naja, sagen wir mal, nicht klar sehend macht. Also manche Dinge bleiben dir verborgen oder du siehst ihn nicht, frag um Rat, lass dich unterstützen. Dafür helfen Venus im eigenen Zeichen zum Sextil des Saturn im Wassermann. Da kann man klärende Gespräche für Dinge aus der Welt schaffen. Also auch wieder was Positives. Was haben wir heute für den Schützen allgemein? Das ist der Ritter, der Schwert hat. Das kann auf der einen Seite bedeuten, dass man schnell vorankommen will. Das kann die Energie des Feuers sein. Es kann aber auch sein, dass überraschend etwas passiert. Passe dich den Gegebenheiten an. Also du bist flexibel genug als Schütze, dich den Dingen anpassen zu können, wenn etwas überraschend passiert. Und wir haben den Ritter der Kelche. Das bedeutet liebevolle Unterstützung. Entweder gibst du diese liebevolle Unterstützung oder du erhältst sie. Und dann bleibe entspannt. Entspanntes Gespräch, entspannte Vorgehensweise. Nicht hast dich. Vielleicht versucht auch jemand, ich sag mal durch Stress, durch Nervosität, also die er oder sie verbreitet, die Dinge irgendwie so ein bisschen zu beschleunigen. Das wird nicht funktionieren. Ob du das jetzt bist oder jemand anders. Besser ist es, sich den Gegebenheiten anzupassen, freundlich und entspannt zu bleiben. Es macht keinen Sinn zu rotieren. Es macht keinen Sinn irgendwie zu übertreiben. Ritter der Schwerter, wie gesagt, kann auch eine Überraschung sein, wo man nicht mitgerechnet hat. Also stell dich darauf ein. Du bist, wie gesagt, flexibel genug und liebevoll und freundlich bleiben, hat noch nie geschadet. Ich wünsche dir auf jeden Fall gutes Gelingen und sag es morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind bei Freitag, 2. Dezember 2022, Sonne, Venus, Merkur, im Schützen wie gehabt. Der Mond ist im Widder, ab Viertel vor sechs heute Morgen. Bedeutet ein bisschen Halsstarrigkeit, Sturheit kann vorhanden sein. Man will mit dem Kopf durch die Wand. Auch das wäre möglich, bei dir oder bei anderen. Wir haben den Merkur im Quadrat zu Neptun. Kann sein, dass irgendwas behauptet, erzählt wird, was nicht ganz der Wahrheit entspricht oder ungeprüft ist. Und deswegen solltest du auch diese Dinge ganz besonders vorsichtig angehen. Nicht nur du, alle anderen auch. Aber diese Energie herrscht halt momentan. Wir haben dafür aber Venus und Saturn in guter Verbindung, sodass man freundlich und entgegenkommt Gespräche führen kann. Also man kann diese Dinge schnell aus der Welt schaffen. Wir haben dazu natürlich Jupiter in den Fischen, was dich auch ein bisschen weicher, solidarischer oder vielleicht auch entgegenkommender macht. Das ist schön. Neptun in den Fischen, wie gesagt, ist im Quadrat zu Merkur. Kann natürlich, wie gesagt, für ein paar Unwahrheiten sorgen oder dass jemand was erzählt, was eben nicht stimmt. Da muss man Acht geben. Mars ist weiterhin rückläufig in den Zwillingen, weißt du ja, und entzieht uns ganz viel Kraft allen momentan. Und da muss man natürlich sehr vorsichtig mit seinen Ressourcen umgehen. So, was haben wir für den Steinbock heute? Zurückhaltung, auch im Gespräch. Zwei der Schwerter. Der Herrscher. Da ist natürlich Blut im eigenen Zeichen. Dein Machtstreben natürlich auch. Und da muss man sich entscheiden, wie gehe ich vor? In erster Linie geht es darum, nicht zu hastig, denke ich mal, ein Urteil zu fällen über gewisse Situationen oder Menschen. Ich denke, es geht darum, nicht alles zu glauben und auch nicht direkt zu verurteilen, beurteilen. Die Entscheidung ist, wie gehe ich weiter vor? Fünf der Stäbe ist auch eine gewisse Unruhe, vielleicht auch eine gewisse Unzufriedenheit. Wettbewerbsdenken. Vielleicht wird das ja auch so ein bisschen durch das Verhalten der anderen angeheizt. Lass dich davor nicht irritieren. Bleibe zurückhaltend, auch in deinen Äußerungen. Das ist wichtig. Du entscheidest dich hoffentlich dafür, dass du dich nicht verrückt machen lässt und deine Ressourcen nicht aufbrauchst. Das ist wichtig. Wir hatten vorher schon mal öfter darüber gesprochen, dass der Steinbock sich gerne mal verausgabt. Wichtig ist, dass du dir der Verantwortung dir selbst gegenüber auch bewusst bist und da eben auch dich nicht nervös machen lässt und auch nicht beunruhigen lässt, wenn du irgendwas vielleicht nicht schaffst. Also cool bleiben, lieber Steinbock. Das wird. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen tollen Freitag und sage bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind bei Freitag, dem 2. Dezember 2022. Sonne, Venus, Merkur im Schützen, Mond im Wetter. Das spornt dich natürlich zu Heldentaten an. Sei vorsichtig. Mars ist immer noch rückläufig in den Zwillingen. Wir haben Saturn in deinem Zeichen und das bedeutet, dass du dich an das halten sollst, was du erreichen willst und zwar mit Geduld, Akribie und einem langen, langen Atem. Also schön dranbleiben, sich nicht nervös machen lassen, sich nicht zu irgendwas anstachen lassen. Mit Merkur und Neptun, die heute im Quadrat zueinander stehen, könnte dich jemand zum Beispiel auch provozieren, aufwiegeln oder dir irgendwas erzählen, was nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Also vorsichtig. Dazu haben wir Venus im Schützen und natürlich Saturn, die im Sextil zueinander stehen und dafür sorgen, dass man die Dinge in Ruhe besprechen kann. Aber nur, wenn man ruhig ist. Also lass dich nicht zu irgendwas verleiten. Ja, schauen wir uns jetzt mal an, was wir für den Wassermann am heutigen Freitag haben. Da ist noch ein bisschen was zu tun, bis du deinen Zenit erreichst. Wir haben Nervosität, Unruhe, Wettbewerbsgedanken und den Ritter der Stäbe. Das heißt, du bist ganz schön angestachelt, du möchtest was umsetzen, jetzt und hier und sofort am besten und du möchtest auch vielleicht irgendwas durchsetzen. Dazu kommt das Ass der Stäbe. Du bist von Leidenschaft geprägt, also jetzt oder nie und das ist eine Gefahr, weil du damit vielleicht mehr kaputt machen könntest, als du tatsächlich erreichen kannst. Jetzt will ich dir keine Angst machen, um Gottes Willen. Es geht einfach darum, dass du deinen Pflichten nachkommst, die Nervosität im Griff hast, auch nur so viel riskierst, wie du riskieren kannst, damit du deine Möglichkeiten nicht, ja, ich sag mal, einengst. Das Ass der Stäbe sollte die Leidenschaft in dir fördern, die Dinge aus der Welt zu schaffen, zu erledigen und eben deine Ziele zu erreichen. Aber wie gesagt, das Temperament muss man ein Stück weit im Griff haben. Es könnte auch sein, dass du dich zu vielleicht irgendwelchen Äußerungen hinreißen lassen könntest, die dir eher schaden als nützen. Also sei damit vorsichtig. Wenn ich mir das angucke, zehn der Stäbe, fünf der Stäbe, das sind schon mal, wenn ich die abziehe, fünf und zwei der Stäbe bleiben drei. Das heißt, du solltest dir eine Strategie überlegen, wie du mit diesen Energien heute umgehst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind bei Freitag, 2. Dezember 2022, Sonne, Venus, Merkur. Wie gehabt, im Schützen, Mond, ab Viertel vor sechs, im Widder. Ganz viel Feuer, Energie, ganz viel Temperament, manchmal auch Dickköpfigkeit, Sturheit. Ich will mit dem Kopf durch die Wand, kann dir begegnen. Solltest du aber selber vielleicht nicht so unbedingt an den Tag legen. Jupiter ist in deinem Zeichen, unterstützt dich natürlich enorm, genauso wie der Pluto im Steinbock, möchte, dass du vorankommst, gibt dir Mut und Zuversicht, das ist schön. Wir haben aber heute auch Merkur und den Neptun in den Fischen rückläufig im Quadrat. Bedeutet, es wird nicht unbedingt die Wahrheit erzählt oder jemand möchte dich übervorteilen, dir was vormachen, dir was verkaufen, was du nicht brauchst, als Beispiel. Also sei da bitte, ein bisschen achtsam. Wir haben mit Venus und Saturn ein Sextil, das dir hilft, die Dinge aus der Welt zu schaffen und zwar charmant entgegenkommt und freundlich und das sollte so sein. Mars in den Zwillingen raubt uns allen sehr viel Kraft. Auch das gilt es zu berücksichtigen, dass man sich nicht so viel zumutet und wir schauen, was wir für die Fische heute haben. Intuition ist wunderbar. Bedeutet, dass du deinem Bauchgefühl folgen sollst, aber nicht mit Illusionen. Es kann sein, dass du dir vielleicht mit den Sieben der Kelche unter irgendwas, irgendwem, einer Sache oder einer Person zu viel vorstellst. Da ist deine Fantasie ganz enorm und du hast da eine großartige Vorstellung. Es geht möglicherweise um eine Beziehung, das kann zu einem Unternehmen sein, zu einer Firma, einem Job, aber auch zu einer Person sein. Und es ist natürlich wichtig, dass man die Person kennenlernt und dass man sich ein Bild macht, aber hier sehe ich die Gefahr, dass dir jemand was vorgaukelt oder dass du selber, ich sage mal, so viel rosa-rote Wolkchen um deinen Kopf hast, dass du da überhaupt nichts Negatives siehst. Also, wenn da irgendwo ein Alarmglöckchen in deinem Bauchgefühl bimmelt, dann solltest du auch ein bisschen Zurückhaltung üben. Wir haben die Königin der Stäbe. Optimistisch sein ist toll. Ärmel hochkrempeln ist auch gut mit anpacken. Ja, die Dinge gestalten, mitgestalten, kreativ sein, aber geh es langsam an, nichts überstürzen und vor allen Dingen teste mal, ob die Dinge der Wahrheit entsprechen und das heißt nicht, dass du eine Person testen sollst, aber dass du vielleicht einfach mal guckst, was ist dran an dem, was ich höre und was fange ich damit an. Vielleicht lässt du dir auch einfach, ich sage jetzt mal, jemanden an der Seite dabei mitschauen, dass du da nicht ganz alleine bist. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, gutes Gelingen und sage bis morgen. So, meine Lieben, wir sind beim zweiten Türchen vom Adventskalender. Wir wollen mal schauen, was die Karten euch heute sagen wollen, auch gerade so zum Fest der Liebe, was wir hier angehen wollen. Was liegt an? Was ist wichtig? Was ist relevant? Es ist Empathie. Empathie ist ja auch, sich in jemanden hineinversetzen können. Ich schaue mal in mein schlaues Buch, welche wichtigen Hinweise es sonst noch gibt, die dann eben auch helfen, die Dinge empathisch zu sehen. Da haben wir ja den Jupiter in den Fischen und natürlich Neptun, aber Neptun ist ja heute ein bisschen rasant. versuchen in andere hineinzuversetzen, lernen auch, die Ansichten und die Einstellungen der anderen besser zu verstehen. Das ist schön. Potenzial liegt darin, Verständnis füreinander zu haben und sich selbst als Person weiterzuentwickeln. Ja, man kommt schnell zu Auseinandersetzungen, wenn der eine oder der andere eine schlechte Laune hat oder irgendwas oder wenn man denkt, der andere hört nicht zu oder versteht mich nicht. Vielleicht auch, wenn man das Gefühl hat, der andere gibt mir keine Empathie. Und vielleicht gibt es ja auch eine ganze Menge wenig Empathie im Außen, durchaus. Nach außen hin auf jeden Fall, würde ich sagen. Und man kann sich darüber schon sehr, sehr ärgern. Vielleicht wünscht man sich aber auch jemanden, der empathisch ist. Und da ist es natürlich wichtig, dass man selbst das hat, was man sich auch von anderen wünscht. in dem Fall halt die Empathie. Und man sollte natürlich ja, offen sein, ja, flexibel sein. Das ist nicht immer leicht. Empathie bedeutet nicht, dass man immer nur für andere da ist und anderen hilft. Es bedeutet, dass man andere versucht, zu verstehen, zu ergründen. und dadurch eben auch den Menschen näher zu sein. Ja, und das wünscht man sich natürlich umgekehrt ganz genauso. Mitgefühl ist etwas anderes. Man leidet so ein bisschen mit, wenn jemand sich verletzt oder so. Es geht darum, dass man Verbindungen eingeht, miteinander, mit Partnerschaften natürlich, aber auch mit anderen Menschen. und wie eng diese Verbindung dann ist, hängt auch von der Empathie füreinander ab. Ja, und die Perspektive kann sich natürlich verändern. Die Ansichten und die Pläne können sich jederzeit verändern. Aber vielleicht kann man durch Empathie besser nachvollziehen, warum jemand zum Beispiel etwas verändert. Ja, Man sollte sich da persönlich eigentlich nicht, ja, ich sag mal, angepiekt fühlen, sondern eher, ja, nachvollziehen, was der andere eigentlich möchte und dass das eben nicht gegen die eine eigene Person geht. Ja, wenn das relevant ist für dich als Person, verstanden zu werden, ist es genauso wichtig, das verständlich rüberzubringen. Was du willst, ist auch nicht immer ganz leicht. Gerade, was Gefühle betrifft, ja, wie soll man Gefühle in Worte fassen? Man kann sie nur umschreiben. Es geht auch nicht darum, jemanden zu überzeugen, überhaupt nicht. Es geht bei Empathie darum, jemandem zu erklären, was man eigentlich möchte oder wie man eigentlich so unterwegs ist. Und das ist eben wichtig, um zu erkennen, wie gut man zueinander passt, zum Beispiel. Und das meine ich jetzt, wie gesagt, nicht nur partnerschaftlich. Das gelingt, wenn man eben auch auf einer anderen Ebene Verständnis füreinander hat, wenn man ähnlich gestrickt ist, auf der sogenannten gleichen Wellenlänge sich befindet. Also durchaus ein Thema, über das man sehr viel noch lernen kann. Und wir lernen jeden Tag dazu. Und Empathie ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft ganz enorm brauchen. Ich wünsche dir einen schönen zweiten Dezember und hoffe, dass du da ein bisschen Freude dran hast. Alles Liebe. Dezember Bis zum nächsten Mal.